Guten Tag, Johannes. Ich muss noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Was dachten Sie im Spiel gegen Österreich in den letzten 30 Sekunden, bevor Christoph Steinert das erlösende Tor war? Es war keine schöne Situation, weil ich mit zwei Minuten auf der Bank saß und von daher nur von außen zuschauen konnte. Aber ich habe in jedem Moment Vertrauen in meine Mitspieler, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Es war sehr wichtig, dass wir den Punkt geholt haben. Und den hat Steinert uns mit dem letzten Tor gesichert. Wie würden Sie bisher die Turnierleistung der deutschen Mannschaft von der Performance einschätzen, auch im Verhältnis vielleicht zu ihrem möglichen Gegner Dänemark im Halbfinale? Da sind wir ja noch nicht. Die Dänen spielen auf einem anderen Level als alle anderen Mannschaften. Wir sind grundsätzlich auf einem guten Niveau unterwegs, haben aber hin und wieder auch Schwächephasen, was aber auch relativ normal ist in dem Stadion, in dem sich die Mannschaft gerade befindet. Aber alles in allem sehe ich das schon als ein positives Auftreten von uns. Wenn man jetzt vielleicht das Österreich-Spiel ein bisschen ausklammert, sind wir auf einem guten Weg. Und wenn Sie das vergleichen zur letzten Weltmesserschaft, was hat sich in diesem einen Jahr verbessert? Ziemlich viel. Also ich finde, dass wir vor allem in der Abwehr eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt haben, da dann noch besser in Bewegung kommen und auch die Konstellation, in der wir auf dem Feld stehen, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde auch, dass unser Angriffsspiel variabler geworden ist. Das sind Spieler wie Julian, wie Basti, die jetzt auch Verantwortung übernehmen. Von daher ist es schon in vielen Bereichen ein Schritt nach vorne zu erkennen. Da werden ja bekanntlich große Turniere oftmals in der Abwehr entschieden. Gibt es da auch noch Verbesserungsbedarf bei uns? Ja, natürlich. Es gibt immer Verbesserungsbedarf, wenngleich ich auch sagen muss, dass gegen Ungarn diese Aggressivität und Bewegung, die wir da über alle Positionen hatten, schon bemerkenswert war und auch, glaube ich, den Grundstein geebnet hat für den Erfolg. Aber besser kann man es immer machen. Wir müssen gucken, dass wir unseren Torhütern noch mehr helfen, dass sie auch das Blogspiel besser lesen können. Das ist eine Sache, die wir noch verbessern können. Aber alles in allem, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Noch einen Ausblick bitte auf das morgige Spiel gegen Kroatien. Könnte es unter Umständen auch das schwerste Spiel des Turniers werden? Ja, natürlich. Jedes Spiel kann das schwerste werden. Und immer das nächste Spiel ist auch das schwerste. Wir müssen uns gut vorbereiten. Wir müssen körperlich, glaube ich, einiges aufarbeiten, weil das wieder ein sehr, sehr harter Kampf war. Und dann ist es ein Viertelfinale. Und die Kroaten werden uns nichts schenken. Und darauf müssen wir uns einstellen. Vielleicht doch noch mal ein Wort zu Julian Costa. Seine Entwicklung ist für mich vom letzten Jahr zu diesem doch sehr gut und so schnell verlaufen, wie man es sich kaum vorstellen könnte. Ich konnte es mir schon vorstellen, weil er das Potenzial mitbringt und das auch schon letztes Jahr gezeigt hat, wie wichtig er sein kann. Dazu hat er eine Riesenrolle in Gummersbach, geht da auch voran. Und das nimmt er jetzt auch mit in die Nationalmannschaft. Von daher überrascht es mich nicht, aber freut mich natürlich. Vielen Dank, Johannes, und viel Erfolg morgen gegen Kroatien. Danke. Danke. Danke.